Okay, das war noch nicht so viel. Guck, Prank Bros, Digga. Bruder, noch nie so viel anders geschrieben, Digga. Prank Bros haben dich gegrüßt? Lava, kein Scheiß! Prank Bros haben mich gegrüßt? Hört auf, mich zu verarschen, Chat. Doch! Nein! Nein! Ey, macht keinen Spaß, Chat. Haben die mich gegrüßt? Bei Gott, die haben... Ja, die haben dich gegrüßt. Nein! Nein! Was geht ab? Wir sind am Start. Der Game Master hat die jetzt endlich zugeschrieben. Ja, mal reingewartet auf die Challenge. Game Master stoppt uns. 32, Alter. Niemals habt ihr uns gegrüßt. Niemals. 3 Uhr nachts, Leute. In letzter Zeit will der immer darauf hinaus, dass es 3 Uhr nachts wird. Ja, Mann. Hinschreibt der erst. Ich glaube, der wäre das richtig, der Paz. Niemals habt ihr uns gegrüßt, Chat. Hat der die Handball-Challenge gestartet, Leute. Wenn die letzte Folge nicht gesehen habt... Doch, Bruder. Die lügen. Nein! Um kein Video zu verpassen. Yes! Und, äh, schauen wir mal. Okay, Leute, wir schreiben den Game Master jetzt. Genau, weil er hat noch nicht geschrieben. Genau, wir schreiben einfach mal. Äh, was soll man schreiben? Okay, also wir haben nicht einfach Kenntnis genommen. Alles klar, wir sind bereit oder... Wir sind bereit oder so. Ich schreibe einfach... Handball-Challenge eröffnet. Ich schreibe einfach okay oder so. Ja, ich schreibe einfach mal trocken okay. Seit 10 Minuten jetzt nicht geschrieben. Hauptsache, wir stellen keine Frage. Das ist das Wichtigste. Das ist... Ja, Mann, ja, Mann. Sonst gibt es wieder Konsequenzen. Yes. Ihr kennt das Spiel, Leute. Und, ja, Mann, wir hatten ja echt... Digga, ich habe das Gefühl, ihr verarscht mich, Chat. Ja, mittlerweile. Ja, Mann, wir haben nur so... Du wurdest gerüßt. Ehrlich jetzt? Ja, Mann, wir haben nur so Straften bekommen. Ehrlich, Justin? Der antwortet jetzt schon. Ich hoffe auch, also... Vielleicht wartet er auch drei Nachts. Sollen wir vorspulen, Chat? Ich weiß nicht. Soll ich das safe ist. Sollen wir vorspulen? Wir wurden gegrüßt, sage ich alle. Ich hol mir die Belohnung durch... Okay, okay, ich spiel vor, ich spiel vor. Let's go. Let's go. Okay, es gibt 10.000... Niemand. Vielleicht haben wir es mir geschrieben. Vielleicht war es echt mein Geschenk. Und ich kann es mit einem guten Gewissen ausgeben. Stimmt, ne? Aber ich werde auch noch zu warten. Hören wir noch? Ich habe die mal. Du hast ja schon einen Urlaub gebucht, Timo Fritz. Da liegt doch schön der Koffer. Spaß. Aber lieber mal warten, bevor wir noch was vergeben, dass er kommt, ne? Ja, ja. Zwei Mann, was würde die denn machen? Würde ich auch nicht geben oder warten, Leute? Schiehst du? Die Kommis? Genau. Und noch schönen Grüße. Grüß mich einmal bitte in einem Video. Amit Loco. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, sie haben mich gegrüßt, Bruder. Sie haben mich gegrüßt. Sie haben mich gegrüßt. Endlich. Endlich, Dicke. Ja. 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 Das ist der Beweis, dass man alles erreichen kann. Wenn man ein Ziel hat. Wenn man ein Ziel vor Augen hat, kann man alles erreichen. Egal, wer du bist. Egal, woher du kommst. Egal, wie viel Geld deine Eltern auf dem Konto haben. Egal, wie deine Schuhe aussehen. Egal, wie groß deine Nase ist. Ja, sogar egal. Ob du... ...einen kleinen oder einen langen Sipp hast. Es ist egal. Du kannst alles schaffen, wenn du das willst. Wenn du das willst, kriegst du es. Wenn du das nur ein bisschen willst, kriegst du es nicht. Verstanden? Also will es. Du willst es, oder? Dann hol es dir. Dann schnapp es dir. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Dicke. Wir wurden gegrüßt. Hallo, Hamed. Hallo, Mama. Hallo, Korin. Wie geht's dir? Gut, Herr Selmarschel. Ja, auch gut. Sehr, Hamed. Mama, etwas Krasses ist passiert. Was ist passiert? Die Prankbros haben mich gegrüßt. Wer hat dich gegrüßt? Die Prankbros. Wer ist das? Die Prankbros, Mama. Kenn ich nicht. Du kennst die Prankbros nicht? Nein. Ist das dein Ernst? Hä? Kennst du die Prankbros nicht? Nein, Hamed. Selber schuld. Dann ruf ich meinen Papa an. Kann man die Prankbros nicht kennen, Bro. Prankbros nicht kennen? Das passt nicht. Hamed. Hallo, Mama. Papa, Papa. Ja? Ich habe aus Versehen mein Papa Mama genannt. Ähm. Ja, Bo. Ja. Kennst du die Prankbros? Ja. Die Prankbros. Nee. Kenn ich nicht. Okay, Hamed. Die Prankbros sind somit so die erfolgreichsten zwei Männer auf YouTube. Ah, also kenn ich nicht. Kennst du die nicht? Nein. Aber jetzt weißt du ja, wer das ist, ne? Weil ich es dir gesagt habe, oder? Ja. Die haben mich gegrüßt, Papa. Echt? Ja. Äh, in deren Video? In deren Video. Ja? Ja. Schön. Ja, bist du zu Hause? Ja. Okay. Sehr gut. Und schau mal nach. Hm? Okay. Hey, die Cousin geht, die Cousin geht, der Kamu quasi. Hallo? Hallo? Hamid Loko? Hamid Loko? Ja. Mein Cousin, ne? Ich glaube, ja. Wie heißt ich nochmal? Kamu. Ich, ich. Ja, aus Hakedal. Nein, wer bin ich? Hamid Loko. Ja, Cousin, wie geht es dir? Wie geht es dir? Bist du gerade live, du Armleuchter? Bist du live? Ja. Niemals. Juh. Ehrlich, bist du live? Ja, ja, bin ich. Ach so, aber du streamst nicht. Oder warte, nimmst du auf für YouTube? Nein, nein, ich streame. Ah, okay. Wie viele Leute hast du gerade bei dir? Warte, ich gucke kurz. Zwölf. Zwölf, zwölf. Zwölf tausend? Nein, zwölf. Ich habe gerade angefangen. Du hast gerade angefangen? Ja. Was streamst du gerade? Ich streame gerade, ähm, kennst du die Prank Bros? Ja, klar, kenne ich die. Die haben mich gegrüßt, das streame ich gerade. Echt jetzt? Ja. Wie war bei, äh, nein, äh, wie war er? Bangkok? Bangkok, äh, war schön. Ja, ne? Mhm. Ja, das ist doch schön, Mann. Das ist schön. Und wie war die Feier mit deinem Bruder, Abi? War auch schön. Äh, äh, Kami, Kamo, ist meine Mama auch bei euch? Ja, die ist auch hier. Kannst du ihr kurz geben? Ja, kann ich. Das ist der Trick, Jack, wenn ihr keine Lust mehr habt, mit wem zu reden. Ich gebe wieder mal. Okay, danke. Amen. Ja, Mama? Wir wollten mich noch mal verabschieden, weil wir gehen ja morgen in Urlaub, deswegen sind wir hier mit Papa. Urlaub? Okay. Mama, ich wollte mich noch mal entschuldigen, weil ich dich angeschrien habe. Wann hast du mich angeschrien? Gerade am Telefon. Hast du nicht. Ja, ich wollte trotzdem Entschuldigung sagen. Ja, das war nicht schlimm. Willst du Mama nicht sehen, bevor ich fliege? Nee. Mama... Haha, Spaß. Ja, kommst du noch mal nach Hause? Ja, gut. Ja, okay, okay. Warte, 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 warte. Ich bin am Streamen, okay? Hä? Ich bin am Streamen gerade. Ja, gut, alles gut. Ähm. Ich bin jetzt gerade bei Oma. Ja, schreibt mir einfach, wenn ihr zu Hause seid, dann komme ich nach dem Streamen, wenn ihr noch wach seid, okay? Ja, okay, gut. Sonst, ich muss eh morgen aufstehen wegen Beerd... äh, wegen... du weißt schon. Ja, ich weiß. Okay. Äh, ja, ich... Ja, okay. Dann schreiben wir später, okay? Er war gerade eben Kam und er hat sich gesprochen. Ich weiß, mein Cousin. Ja, der Cousin. Ja, der nicht weiß, wie mein Name ausgesprochen wird. Gerade eben am Nürnberg-Sarabend, er hat Kam und hat von dir gesprochen. Echt jetzt? Ja, ich schwöre, also wie geht es ihm und er hat, der war richtig krank. Ja, cool. Was? Okay, Mama, wir sehen uns, ne? Nein, der Korin, wir sehen uns später, Korin. Ciao. Ciao, Amit. Okay. Let's go. W, Mama, W, Papa in den Chat, Jungs. Ha, ha. Stellt euch mal vor, Breakbros laden mich bei einem Video ein, Chat. Wäre das nicht heftig? Und ich mache für meinen Kanal eine, äh, eine Fußball-Challenge. Kurze Idee. Ich bin so ein kleiner Nebencharakter bei denen im Video und die drehen mit mir zusammen eine Fußball-Challenge. Wird das nicht krass ankommen, Chat? Für meinen Kanal eine Fußball-Challenge mit denen? Für deren Kanal? So, ich bin so Side-Charakter. Wäre das nicht krass, Chat? Seid ehrlich. Das wäre doch dick W, oder? Hamit wird Game Master für Video. Nein, Dicker, der Game Master, man weiß doch nicht, wer das ist. Der ist doch echt, Chat. Ihr müsst mitspielen, Dicker, sonst laden die uns niemals ein. Der Game Master ist echt. Der können wir nicht spielen. Wir sind halt irgendein anderer Charakter. Checkt ihr? So, aber die müssen, die müssen das, die Idee ist krass. Die müssen aber die Idee annehmen. Das wäre krass. Ja. Fußball-Challenge mit Prank-Bros, Dicker. Boah, was ein Video das wäre. Das wäre so ein geiles Video. Ich würde noch Rohat oder so einladen. Boah. Zumal soll ich mal Rohat anrufen und fragen, ob er dabei wäre? Bruder, angenommen, angenommen, ich kriege es hin, ein Video zu machen mit Prank-Bros. Wärst du dabei? Ja. Ehrlich jetzt? Fußball-Challenge mit Prank-Bros. Und dir. Du wärst dabei, ne? Wo wohnen die denn? Ja, das wäre dann bei mir oder, wäre bei mir wahrscheinlich. Ja, warum nicht? Ja, okay, Bruder, okay. Dann weißt du Bescheid. Ich sag dir, wenn das Ding in trockenen Tüchern ist. Ja, okay. Ja, geil, Alter, okay. Hey, warte vorsichtig. Ey, äh, haben wir... Ja, ich bin on-stream, ja, sag. Was geht ab Marvin? Was geht ab Marvin? Ich hab eine Idee. Hör zu, hör zu, hör zu. Okay, okay, okay. Fußball-Challenge mit euch beiden auf meinem Kanal. Und ich, also Rohat wäre auch dabei. Und Rohat und ich als Side-Charaktere in einem von euren Videos. So eine gute Idee. Ja. Jetzt muss Marvin nur noch antworten. Jetzt muss Marvin nur noch antworten. Rohat wäre dabei. Rohat hat schon zugesagt. Jetzt muss er nur noch antworten dank Fußball-Challenge. Mord Rohat und den Prank-Bros auf meinem Kanal. Und, 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 äh, 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 auf deren Kanal. Jo, ho, ho, let's go. Er antwortet. Direkt. Fußball. Ah. Fußball. Auch die Zuschauer werden mal verarschen. Sind die Junge. Nein, das wäre nicht. Oh mein Gott. Junge, wie ihr gehofft habt. Aber es wäre auf jeden Fall geil, wenn er antwortet. Okay. Das haben wir hinter uns, Chat. Dann gehen wir jetzt mal an das Video, wo wir gegrüßt wurden. Wir haben es uns gar nicht angeguckt. Let's go. War der ehrlich geschrieben? Genau, wir schreiben einfach mal. Was soll man schreiben? Seid ehrlich, W oder L.I.D. aber Chats? Mit Playcross zusammen Video. Wäre crazy. Ich schreibe einfach. Ich schreibe einfach mal trocken. Seit 10 Minuten hat er es nicht geschrieben. Hauptsache wir stellen keine Frage, das ist das Wichtigste. Ja man, sonst gibt es wieder Konsequenzen. Ihr kennt das Spiel, Leute. Und ja man, wir hatten ja echt... Bro, so crazy, Digga. So crazy. Ernst, Chats. Ich habe nur Strafen abgesetzt in den letzten Folgen. Ja man muss nur Strafen bekommen. Ich hoffe der antwortet jetzt. Ich hoffe auch. Vielleicht wartet er auch 3 Uhr nachts einfach. Ich hoffe, er ist ein Punkt 3 Uhr nachts, damit er safe ist. Boah, das soll rausfallen. Eigentlich brauchen wir ja noch was. Wenn wir rausfahren und losfahren. Ja, also wenn das jetzt sein soll, oder soll das morgen sein, übermorgen? Ja, cool, cool. Hallo, ich habe euch im Auto einen Handball bereitgelegt. Alles klar. Handball Challenge! Schön zu wissen, dass er an unserem Auto... Deswegen ist der raus gegangen jetzt. Der hat direkt weiter gebastelt. Einer neuen Challenge. Genau so drin, Junge. Ah, hat er die Autoschüssel wahrscheinlich genommen. Also immer besser, Leute. Es wird 3 Challenges geben. Okay, wieder 3 Challenges. Wahrscheinlich wieder gegeneinander. Du hast ja letztes Mal einen Punkt bekommen bei Fußball. Jetzt Handball. Jetzt Handball. Und dann Tresor, was auch immer das sein soll. Danke für den einen Schweizer Franken. Der wäre dann als nächstes. War da jetzt ein Schweizer Franken ein Schweizer Frank? Weil Franken ist ja Mehrzahl, oder? Oh Mandela, was geht, Bruder? Wester, danke für den Giftsab, mein Cousin. Ja, das ist das Letzte. Ey Leute, ich bin so gespannt, was da abgeht. Das müssen wir gar nicht mehr drehen, oder? Ich frag mich auch, was... Aber wird der ja dann schreiben, oder? Das ist ja das Letzte. Was könnte Tresor sein, ne? Ja, Mann. Leute, ich schreibe schon mal Vermutungen in die Kommis, was das Tresor heißen kann. Genau, Tresor heißen kann. Wir müssen uns schon mal ein bisschen noch vorbereiten können. Ja, Mann. Crazy, Mann. Revis bei Sofortdorf? Okay. Kannst du mir gar nicht vorstellen. Genau nicht, ey. Okay, er hat immer noch nicht geschrieben. Okay, wir brauchen noch ein bisschen... Oh. Ist doch egal, ihr habt genug Geld. Hör auf, Scooties. An dem ihr genug Platz habt zum Werfen. Okay. Bezüglich der Handbremse... Gar nicht viel Geld du hast. Du musst es nicht rausschmeißen, weißt du? Aber keine Koordinaten? Ja, Mann. Okay. Okay. Ein großer Platz brauchen wir. Können wir denn gut werfen? War ich da eigentlich eine Wiese? Eine Wiese, wo gut Platz ist. Aber es ist halt nachts irgendwo wo Lampen sind. Ja, Mann. Okay, wir haben fette Taschenlamm. Wir können die auch mitnehmen. Ja, genau. Wir haben sogar zwei, die sind ja beide mit. Genau. Die sind ja eigentlich wie Scheinwerfer. Nur letztes Mal ist die einfach ausgegangen. Genau. Wir haben auch die Akkus, äh, die Batterien aufgeladen. Genau. Hat mir ewig nicht mehr aufgeladen. Dass jetzt nichts mehr schief läuft. Ja, Mann. Dass wir immer bewaffnet sind. Egal, tagsüber oder nachts. Also, damit wir immer gut Licht haben. Weil... Licht ist unser Schutzschild. Ja, Mann. Weil wenn es dunkel ist, dann kann er komplett ankommen. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob der nachts sich Gerät in seiner Maske eingebaut hat oder nicht. Ich finde, man sieht uns sowieso immer deswegen. Okay. Nehmt euch Beleuchtung mit. Denn die Nacht ist düster. Oh. Okay. Das heißt, es geht jetzt schon raus, ne? Oh, okay. Also, jetzt nachts ist hier. Also, es wird... Digga, die gehen nur noch nachts raus. Ich glaube, deren Schlafrhythmus ist einfach kaputt. Wessel Dankeschön für den Giftstab. Kann das sein? Deren Schlafrhythmus ist einfach kaputt. Okay. Zum Glück haben wir die Lampen. Ha. Sind sehr starke Lampen, Leute. Ihr kennt die. Ja, Mann. Richtige Outdoor-Lampen. Okay. Sollen wir da jetzt... Sollen wir einfach ein Feld suchen? Sollen wir erst mal ins Auto gucken, ob der Ball da ist, ne? Wir gucken erst mal, was da ist. Und welchem Auto war der jetzt? Eben. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns fertig. Wir gucken rein. Oder diese Musik im Hintergrund. Das ist die ganze Zeit richtige Stranger Things Musik. Dann... Ja. Gucken wir mal, ob... Dann können wir eigentlich den Ort unserer Wahl suchen. In die dunkle Nacht, ne? Und dann geht's ab. In die düstere Nacht. So challenge. Gar kein Bock, ne? Gar kein Bock, Leute. Auf ins Ungewisse, Leute. Auf ins Ungewisse, Leute. Let's go. Let's go. Okay, Leute. Wir bereiten uns schon mal vor hier mit Koffein. Damit wir wach bleiben hier auch um 3 Uhr nachts. Bist du. Weil sonst... Ja, geht gar nichts, ne? Sonst pennen wir einen nach. Ja, man weiß. Es ist wieder eine Nachtschicht hier. Der Game Master fordert uns gerade immer nachts. Red Bull war jetzt eigentlich der Frische, ne? Der ist eigentlich der Frische, ne? Wir brauchen ja gerade nicht hier, leider. Aber wir brauchen jetzt unbedingt Koffein. Ist so, ist so. Damit wir ja Kraft für die Challenge haben. Weil ich will die unbedingt gewinnen gegen dich. Ja, Mann. Ich hol mir die Belohnung, Leute. Letzter Woche gewonnen. Ich hol mir die Belohnung, Leute. Alter, ich will die Belohnung kassieren. Calvin hat leider schon... Justin Cloud ist der Gump. Wie? Warum klaut Justin? Und die Tresor-Challenge auch gewinnen. Ja. Also eins schafft der Game Master, dass wir Bock haben, gegeneinander zu gewinnen. Auch egal. Ich will gewinnen, Leute. Ich hol mir die Belohnung. Du wirst die letzte bekommen. Du wirst 1.000 Euro bekommen. Was willst du noch, Alter? Aber abwarten. Ob der sagt, dass ich... Okay. Es gibt 10.000 Euro. Vielleicht war das echt mein Geschenk und ich kann es mit einem guten Gewissen ausgeben. Stimmt, ne? Aber ich werd noch ein bisschen warten. Hast du das immer noch? Ich hab die immer noch. Okay. Du hast weitergelegt. Ich dachte, hast du schon einen Urlaub gebucht, hier mal kurz. Da liegt doch schon der Koffer. Spaß. Aber lieber mal warten, bevor... Hey, warte. Wo ist mein Paket mit Dingen? Meine Prankbros-Klamotten. Wo sind die? Ernst, komisch? Ehrlich, komisch? Ja, Mann. Was würdet ihr denn machen? Würdet ihr ausgeben oder warten, Leute? Schreibst du die Kommis? Genau. Und noch schöne Grüße an. Grüß mich einmal, bitte. In einem Video. Armin Loco. Du hast es wirklich reagiert. Danke dafür. Guck mal, warum grinst du im Marvin so krass? Warum grinst du Marvin so krass? Alter. Das ist Calvin. Ich hab extra gesagt. Auch als Test für euch, damit ihr lernt, wer wer ist. Rechts ist Calvin, links ist Marvin. Ich werd jetzt ab und zu extra immer die falschen Namen sagen, damit ihr so das... So wie quasi Tests für euch, okay? Chat, das ist nicht das erste Video, das ich gucke von dem. Ich weiß, dass das immer Calvin ist. Wenn auch was gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt einen Kommentar mit. Hecht die Glocke aktiv. Und ihr habt die Chance, hier ein Video von uns gegrüßt und eingeblendet zu werden. Viel Glück! Yes. Und Leute? Oh, viele schreiben... Die Maske? Hab die Maske vergessen? Welche Maske? Welche Maske? Im Badezimmer? Die Maske? Die Maske? Das ist super drängend. Wegen dem Glücksrad haben wir das voll vergessen, Leute. Leute, haben mich so gemacht, ich erinnert. Danke für den Hinweis. Ist der Nummer 5? Aktuell 4? Die muss ja noch hängen. Die muss ja noch hängen. Wir haben nichts gemacht. Wir haben es voll vergessen, einfach. Oh mein Gott. Wie wollen wir das vergessen? Wegen dem Glücksrad Challenge? Wadi. Wadi, irgendwo hier oben. Senio! Leute! Maske Nummer 5? Jo, Nummer 5. Krass! Einfach die 5. Maske. Die sammeln wir jetzt immer an einem Platz, damit wir die nicht ausmachen. Genau. Am besten immer im Büro. Okay, 5 Masken, Leute. Einfach 5 Masken gesammelt. Okay, ist schon ein mittleres Geschenk, ne? Oh ja. Theoretisch könnten wir es abgeben. Leute, würdet ihr jetzt sagen, bis 10 Masken sammeln, weil dann kriegen wir ein großes Geschenk? Ja. Wir können mal gucken, wie schnell wir die bekommen. Wenn es jetzt lange dauert, dann können wir uns überlegen, abzugeben, würde ich sagen. Ja? Ja. Wir gucken. Das juckt schon. Ja, Mann. Wie geht man die dann ab? Wann Rob werden wir heute machen, Chad? Ach ja! Genommen? Das ist eigentlich eher so ein Spazierweg, aber... Endlich, danke für den Zapp am Ersten. Genau. Bis schon, einfach mal. Ja, Mann. Ja. Natürlich trotzdem düster nachts. Das ist nicht gerade ein Vorteil. Es ist immer noch düster. Und es ist halt nachts, ne? Keine Laterne ist da. Ne, Mann. Aber wir haben Lampen, Leute. Dementsprechend, würd ich sagen. Wir checken die Lager ab. Wenn wir dann da sind, mal gucken, ob der Game das verschreibt. Und dann geht's auch gleich los, ne? Ja. Okay, Leute. Wir sind am Start. Ja, Mann. So, Handball ist auch da. Leute, da sind fetten Lampen. Machen wir die Nacht zum Tag. Ja, Mann. So, hier ist mein Riesenfeld. Gar kein Problem. Genau. Okay, überall Mücken hier, Alter. Oh, meine ganze Hand. Boah. Fliegen die jetzt hier rum. Die Junge, die zerstechen uns. Okay. Die sind halt hier im Grünen, ne, Leute? Ja, Mann. Läuft hier kurz kaputt sein. Okay. Leute, was geht hier ab? Wir haben jetzt hier Scheinwerfer aufgestellt. Eigentlich ein soziales Experiment. Äh, Tiere. Die war gerade ne Riesen, die Bälle oder Fledermaus oder was? Ich hab gefragt, wie viele Tiere jetzt hier am Auto chillen vor den Lampen. Ja, Mann. Wird lustig von oben. Ich glaub, Bruder. Was ist das? Die Bälle sind auch richtig dick. Ich schreib ein bisschen gern was da. Ja. Oh, tja. Guck mal, das ist ne Fledermaus, das spürt alles. Aber die sehen doch eigentlich nichts, oder? Ja, aber die hören Schall oder so. Ach, übrigens. Die Lampen sind extrem heiß. Weil die so stark sind. Das heißt, es spürt vielleicht wärmer. Keine Ahnung. Bruder, was ist das? Das ist immer der meisten Bälle. Jetzt bin wir zum Ort. Bei der Schatten. Ja, das ist ein kleines Insekt genau vor der Kanal. Das ist so. Okay, Bro. Das ist so weird. Okay, Leute, wir... Güney, mach bitte den Kanal nochmal neu. Plus, wer schließt den Reaction-Kanal? Seit drei Tagen konnte man nichts in den Reaction-Kanal reinsenden. Nice. Bitte einmal könnt ihr das abchecken und dann den Mod bitte entfernen. Wir wechseln die Location. Wir können uns ja aussuchen, wo wir es machen. Da waren so viele Fledermäuse auf einmal. Und eine ist Marm noch gegen den Kopf geflogen. Eine musste ich einfach essen. Also... Aber ja, da kam echt richtig fest. Die ist mir echt fast gegen den Kopf geflogen. Weil die können ja nicht sehen. Aber die spüren die Wärme. Ja, man. Auf einmal klatschen mir fast gegen den Kopf, Alter. Nein, man. Wir müssen wechseln. Genau. Und das Gute ist, der Gamer hat ja geschrieben, Ort eurer Wahl. Genau. Es muss ja nur flacher Boden sein. Könnt ihr irgendwas machen, wo Stein ist. Genau. Und wo schon Lampen sind. Am besten. Genau. Wir gehen in einen, ähm... So einen Park, ne? Stadtpark. Und dort sind dann ja auch Beleuchtungen. Und dort ist nicht so viel... Genau. So ein Skaterpark, ne? Ja, genau, genau. Ist eigentlich perfekt dafür. Und da können wir auch cool... Genau. Können wir gut werfen. Und da ist flach. Wow. Krieg ich schon die Insekten ins Auge. So eine kleine Mücke hier mitgenommen. Fängt noch ein bisschen was hier am Auto. Ja, Mann, Alter. Okay. Dann sehen wir uns da, Leute. Ist gleich. Okay, Leute. Okay, Leute. Da hinten ist der Park. Wir müssen durch den Creepy Tunnel hier einmal. Und ich würde sagen... Okay, auf geht's. Auf geht's. Hä? Das ist einfach eine Ampel. Ich bin gespannt, wie gut Marvin Handball spielen kann. Wie soll er gebaut werden? Aber es war für die Brücke. Ja, der hat im Verein gespielt. Und ich muss auch mal sagen, immer wenn ich einen Handball in der Hand habe, habe ich immer Bock, den zu schießen. Oder wie beim Volleyball. Man hat immer Bock, Fußball mit den Sachen zu spielen. Alter, einfach eine Ampel. Okay, wir haben Grün. Grün, Freunde. Jetzt habt ihr eine Nachricht bekommen. Ja? Cool. Die Soundgeräusche. Boah. Diese crazy Ass. Die haben sich so echt angehört, die Soundgeräusche. Was für ein Bild? Hm? Bild? Arons? Jo. Der ist da. Der ist da. Der ist da. Fortsetzung folgt, Leute. Fortsetzung folgt! Wir warten auf die nächste Folge, um zu gucken, was passiert. I did prank, bros! Woooo! Wer war eine W Folge allein weg der Reaktion?